Freunde des CO2-Preises kommen immer mit festgelegt. Wie hoch soll er denn sein? Ich bin nicht die Institution, die das festlegt. Das klingt wie eine Drogen, wenn Sie das so sagen. Man muss es so einrichten, dass man den CO2-Ausstoß entsprechend senkt. Und das wäre sinnvoller als jetzt Millionen Haushalte vor so ein großes Problem. Ich sage keine Zahl, dafür bin ich zuständig. Ja, und das ist Frau Höning auch nicht zuständig. Das mag sein.